Die ich hier zusammengeschrieben habe, von Tao Tsai, gibt mir einiges. Ich bin ja nicht so der Spiritist, aber irgendwie ist das schon was Spirituelles. Und sehr trefflich und genaue Anleitung zur höchsten Klarheit. Meine neue Fiebel, die ich angefangen habe, sollte immer so eine Fiebel in der Tasche haben, um sie vorzuschreiben. Hier steht zum Beispiel sehr trefflich. PAN PAN SIU-SHE. Die ODAI-TRAI-AU-CHEN-SHE-SHE. Die NYAN-HU-SO-HAI-SHE. Die NYAN-HU-SHE-SHE-SHE. Nummer. PAN PAN SIU-SHE. Die ODAI-TRAI-AU-CHEN-SHE-SHE. Die NYAN-HU-SHE-SHE. Was heißt, die Pläne reparieren fortschreitend die detaillierte Verfügung. Höchste Erhabenheit garantiert, willentlich fortschreitend. Die NYAN-HU-SHE-SHE-SHE-SHE-SHE-SHE-SHE-SHE-SHE-SHE-SHE. Sie E-XI-SHE-SHE-SHE-SHE-SHE-SHE-SHEN. Tau Yau Xi Ning Ting Ko Sun Bi Kiao Mu He Su Man Hai Xie Wissen Vom Tier Schreien Schulbewusstseins ist einkömmlich großer Fehler weiß Zwecken Kleinfehler So geht Selbstbeschieden Vorweislich Schnell Gewiss Hegemonie Es zählt Kausal Manu Uziangleich ist Für mich auch ein toller Satz Beisage Zaha Kaukau 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 Kaun Sun Bi-Giao Mo Hei, Su Man Hai Shei. Festsitzend gewiss in Steuer zählt goldene Unbestechlichkeits-Soon. Seine Sache ist Uzihan Dai. Kai-Yu Kai-Tang-Kwang-Gi-Zai Xi Xi. Kai-Gi-Fan-Gong-A-Du-Nung-Fu Hai. Kai-Gi-Fu Ken-Gi-Ding-Ding Hai-Shei. Schaut auch ein guter Satz zu sein. Ich weiß aber nicht, wie man das erste Zeichen ausspricht. Feierverantwortliche Halle. Schwer erleuchtet entscheidet in 10 Beamten Vorplanung. Der Firma ihre Alternative eskaliert Formreparatur zum langen Leben projektiv. Projektiv. In der Regierungsart kennt man Entscheidung und Entschlossenheit etwas können zu wollen, wenn Uzihan gleich ist. Ah, Hai Shei. die Alternative ist. Deng-Shang-Zu. Su Xiah, Taipingbun. Beflissenheitliche Ermittlung in Hetze Wirtschaftskontrolle verwirft so etwas. Höchste Zivilisation analysiert die Alternative. Schwerwesentlich Internetplatz und große Männer. Tugenden sind alternativ. Das passt mir wieder nicht, weiß ich nicht, wie ich darauf gekommen bin, so etwas zu schreiben. Das ist es eben mit der Synologie, alles nur Zufall. Auf Chinesisch stimmt das aber irgendwie. Vielleicht muss ich es anders übersetzen. Reichtum ermittelt Hetze. Wirtschaftskontrolle verwirft. Höchste Zivilisation analysiert. Alternative der Unwissenheit hinter des Platzes ist großen Männers tugendhafte Alternative. Das kommt schon eher hin. Na ja, der Teufel ist nicht. Am Ritengefäß der Schriftzeichen. Tugend Tegu Muni ist dann auch. Stimmt allerdings. Da soll es hinauslaufen. Saubere Kleiderordnung. Geht spazieren im langen Leben. Training ist auch. Und Privatrechte haben Wert. Urtein gleich ist es so. Nun bin ich wieder begeistert. So ist das mit der Sinne gut wie. Geht spazieren im langen Leben. Geht spazieren im langen Leben. In der Wandlung flächendeckend bejaht. Ist die Arbeitskleidung der Dynastie ihre Regierungsart. Und die Arbeit gewährt sternschnuppengleiche Freiwilligkeit. Und vollendet ist die Wirkung auch für die Hegemonie. So soll es sein. Im Projekt ist Ozean gleiche. Das kann ich nur bestätigen. Ich mach mal den ganzen selbst. Auf dem Weg. Der Weg. Wie ich sie habe, ist sie sie. Sie treten sie. Sie werden sie an den Ordnungs- und cutten sie zu viel. Sie werden sie selbst aufgetan. Kai-Chi-Hai Gan-Liang-Yi Nian-Kiang-Hai-Chi Xien In den Folgen von Beluthramatik Ist Flucht vor Annäherung Die Hand Fleiß in Klarheit Läutert die Hand Brüderlich Chefstolz Ist warum träumt man vollendet